Okay Susi, jetzt bist du bei Felix Sturm. Und wo trainierst du eigentlich? In Hamburg oder in Köln oder beides? Also ich werde mich jetzt in Köln vorbereiten. Natürlich fange ich hier in Hamburg an und dann fahre ich nach Köln und werde dann die letztlichen Vorbereitungen dort machen. Aber deinen Wohnsitz verlagerst du nicht nach Köln? Nein, nein. Ich bleibe noch in Hamburg und ich fühle mich ja hier auch sehr wohl. Köln ist vor allem auch wirklich sehr schön, aber wie gesagt, ich bleibe hier. Und was haben wir die nächsten Kämpfe in Planung? Rückkampf gegen McMurray? Genau, also der Rückkampf wird auf jeden Fall stattfinden. Das ist mit Sicherheit. Und ja, in diesem Jahr noch auf jeden Fall. Und dafür werde ich mich wirklich sehr intensiv vorbereiten, denn es geht ja schließlich um alles. Und ich freue mich sehr auf diesen Kampf. Und wann ungefähr? Können wir mit dem Kampf rechnen, zeitmäßig? Also knapp Ende des Jahres. Knapp. Okay, wir freuen uns. Weitere Nachrichten nachher.